Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Heisenberg zockt. Wir sind in DITIKON, das ist in der Nähe von Zürich und wir besuchen hier den Modellbahn Club DITIKON, stimmt das? Genau, richtig. Ich werde es bis abends gemerkt haben, hoffe ich mal. Die haben den Tag der offenen Tür und wir sind eingeladen worden, vielen Dank dafür. Jetzt haben wir noch einen Stream beendet, war sehr nett, danke allen die zugesehen haben und das habe ich noch gar nicht gesagt, wer das ist, aber den kennt ihr eh. Das ist Kollege Harry. Hallo zusammen. Der ist natürlich auch wieder mit dabei. Ja gut, ich würde sagen, wir düsen mal los, wir sind gespannt, was uns da erwartet. Heute eine Modelleisenbahn, 40 Quadratmeter sind es glaube ich. Genau, habe ich auf ihrer Homepage gelesen, sollen sich so um die 40 Quadratmeter handeln. Er ist nicht der einzige der deutschen Probleme. Okay, lassen wir drehen, wir machen keine Outtakes heute. Ja, auf alle Fälle, wir sind gespannt, wir gehen jetzt mal gucken, es regnet halt in Strömen, aber das tut schon seit wir losgefahren sind. Gut, dann würde ich auch viel Spaß mit dem Video. Okay, bis dann, tschüss. kurz, dann, tschüss. hundreds, tschüss. Okay, das mit dem Video. Und dann, tschüss. Macht für euch. Und dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Tag-Nacht-Wechsel, selbstfahrende Autos, Knöpfe um Aktionen auszulösen, zum Beispiel ein Lagerfeuer, das plötzlich anfängt zu brennen. Dies aber natürlich nicht richtig, sondern dank LEDs und Dampfentwicklung. Die Anlage ist ein in sich geschlossener Kreis und führt durch zwei Räume des Gebäudes durch. Einmal pro Jahr findet der Tag der Tag der offenen Tür statt, an dem alle Interessierten eingeladen sind, die Anlage zu besuchen. Natürlich kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich stelle jetzt mal hier die Anlage ein bisschen an. So, ich stelle jetzt mal hier die Anlage. 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 So, ich stelle 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 mal hier die Anlage. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.